Heute beschäftigen wir uns mit einem kleinen Experiment zur Wärmeleitfähigkeit. Müssen wir zunächst schauen, wie die Wärmeleitfähigkeit Lambda definiert ist, einige Grundüberlegungen zum Experiment anstellen. Anschließend zeige ich Ihnen den Versuchsaufbau und die Durchführung und wir werden uns mit den Ergebnissen beschäftigen. Zur Definition der Wärmeleitfähigkeit. Liegt an einem einschichtigen Bauteil, wie hier dargestellt, mit einer dicke X und einer Fläche A, das an anderen Rändern wärmedicht, das heißt Adiabat abgeschlossen ist, eine Temperaturdifferenz in Form unterschiedlicher Oberflächentemperaturen, wie hier Temperatur 1 und Temperatur T2 an, so fließt im Zeitintervall T eine Wärmemenge Q von der warmen zur kalten Seite durch das Bauteil. Man kann also schreiben oder die Wärmemenge Q berechnen. Q ist gleich Lambda multipliziert mit der Fläche multipliziert mit der Temperaturdifferenz, Delta T multipliziert mit der Zeit, dividiert durch die Dicke X. Das heißt, die Definition der Wärmeleitfähigkeit Lambda ergibt sich durch Umstellen der oben genannten Formel. Schauen wir uns nun an oder überlegen wir uns nun, wie ein Versuch aussehen könnte, um die Wärmeleitfähigkeit Lambda experimentell zu bestimmen. Schauen wir uns die Formel nochmal an und wir werden feststellen, dass die Energiemenge, die Wärmemenge Q durch Zeit auch geschrieben werden kann als Wärmestrom. Und der Wärmestrom, Arbeit oder Energie durch Zeit, kann ich auch definieren als Leistung. Das wird bei unserem Versuch nochmal von Bedeutung sein. Überlegen wir uns nun, wie wir das testen können an einem konkreten Bauteil, hier mal als Skizze dargestellt. Ich habe die Temperatur 1 und die Temperatur 2, die Dicke X und habe so einen Wärmestrom oder erzeuge einen Wärmestrom, einen konstanten durch das Bauteil und das Bauteil hat eine entsprechende Fläche A. Das heißt, bei unserer Formel ist die entscheidende Größe die Temperaturdifferenz. Wie sieht nun der Versuch im Einzelnen aus? Der Versuch besteht aus einer Stromquelle, hier links dargestellt, die wir über ein Messgerät mit der Versuchsbox verbinden. Die Versuchsbox als Drahtmodell dargestellt. Am Boden der Versuchsbox befinden sich die Heizelemente und die Wände der Box sind entsprechend wärmegedämmt, um einen eindimensionalen Wärmestrom durch das Bauteil, das wir testen möchten, zu erreichen. Anschließend erfolgt die Einstellung der Stromquelle über die entsprechende Einregelung der Versorgungsspannung auf 12,5 Volt und entsprechend die elektrische Leistung der Heizelemente mit 21,56 Watt. Kommen wir als nächstes zur Vorbereitung der entsprechenden Materialprobe. In unserem Fall testen wir eine Spanplatte. Wir sehen die Öffnung für den Temperatursensor, bringen da als erstes Wärmeleitpaste und den entsprechenden Messaufnehmer ein und in einem nächsten Schritt im rechten Bild schon zu sehen, die entsprechenden Heizelemente auf der Unterseite der Versuchsbox, eine wärmeverteilende Platte und wir bringen die entsprechende Materialprobe in die Öffnung der Versuchsbox ein. Anschließend wird der Temperaturfühler eingefügt. Dabei muss man darauf achten, dass man auch wirklich in den entsprechenden Aufnehmer einsticht. Und die Oberseite wird präpariert, entsprechend auch wieder mit Wärmeleitpaste und dem Aufnehmer. Wenn wir jetzt links im Film nach Anschluss des Sensors eine Temperatur ablesen können, 24,2 Grad, ist das die momentane Temperatur ohne entsprechende Heizelemente. Die letzten vorbereitenden Schritte bestehen nun in dem Einbringen des oberen Temperatursensors und dem Auflegen eines Eisbeutels, um eine entsprechende Temperaturdifferenz zu erreichen und wir sehen auch schon, wie die Temperatur auf der Oberseite der Materialprobe absinkt. Nun können wir den Versuch starten, indem wir die Stromquelle und damit die Heizelemente in Gang setzen und eine entsprechende Heizleistung in den Raum einbringen. Der Versuch wurde nun gestartet und wir sehen die Temperaturen zu Beginn des Versuchs. Links die Temperatur unter der Materialprobe mit 20,5 Grad Celsius und rechts auf der Oberseite mit 1,5 Grad Celsius. Zur Erfassung der Daten müssen nun einige Parameter eingestellt werden und wir sehen im Zeitraffer die Entwicklung der Temperaturen. Das heißt, die Temperatur auf der Unterseite und Oberseite steigen jeweils an. Nach 22 Minuten stellt sich das wie folgt dar. Die Unterseite liegt bei 50 Grad Celsius und die Oberseite bei 4 Grad Celsius. Wir möchten aber nicht warten, bis sich die Temperaturdifferenz stabilisiert hat. Insofern exportieren wir jetzt die Daten nach 22 Minuten und schauen uns das grafisch einmal an. Wir sehen hier die Temperatur auf der Oberseite, unten die grüne Kurve, blau die Temperaturdifferenz, Delta T und violett dargestellt die Temperatur auf der Unterseite der Materialprobe. Die hellblaue Kurve würde nun einen Grenzwert erreichen. Das können wir mathematisch durch eine quadratische Funktion anpassen und erhalten so näherungsweise, ohne so lange warten zu müssen, den Endpunkt der Temperaturdifferenz, Delta T, mit 49,5 Kelvin. Das ist der Endpunkt oder der Grenzwert dieser quadratischen Funktion. Schauen wir uns nun die Formel an und tragen die Werte zusammen. Wenn wir das nun eintragen in die Formel, erhalten wir eine Wärmeleitfähigkeit dieser Materialprobe von 0,194 Watt pro Meter Kelvin.